Hallo und herzlich willkommen und vielen Dank zum Einschalten zu diesem neuen Video. Und zwar möchte ich heute mal ein bisschen über die Marschflugkörper reden in AMA 3, also beziehungsweise die Venator-Raketen. Zuerst braucht man da natürlich diesen Launcher für, also diesen MK-41 VLS, wo die Raketen dann rausfliegen. Der ist ein Schiff-basierter Launcher, also setze ich den auch der Realität halber auf ein Schiff drauf. Können wir hier einfach auf Props gehen, dann einmal in die Suchleiste USS eingeben und dann haben wir hier die beiden Schiffe. Ich nehme den Zerstörer, so setze ihn mal hier hin, zoome raus, dann richte ich den so ein bisschen Richtung Küste aus. Muss man nicht machen, aber wirkt ein bisschen logischer irgendwie. Genau, dann gehe ich zurück zu Blue 4 und auf die Turrets und wähle hier den VLS aus. Und dann ist hier vorne direkt so eine perfekt ausgeschnittene Weapon Bay für den. Man muss das nicht da reinsetzen, man muss den auch nicht auf ein Schiff draufsetzen, man kann den irgendwo an Land setzen und das funktioniert genauso gut. Genau, ist halt einfach nur Realität halber. So, dann brauchen wir natürlich noch irgendeinen Typen, der diese Raketen steuert oder ein Ziel dafür markiert. Da können wir entweder einmal den UAV-Operator nehmen, einen von den ganzen. Oder wir nehmen irgendeinen anderen, ich nehme jetzt einfach mal den JTAG-Soldaten, setze ich hier irgendwo auf den Berg drauf und einfach mal hier. So, dem müssen wir dann aber noch ins Loadout gehen, wenn wir jemand anders nehmen als den UAV-Operator. Und zwar müssen wir dann hier auf Terminal gehen und dann von der Fraktion das passende UAV-Terminal eben auswählen. Also er ist ein NATO-Soldat, also packen wir das UAV-Terminal von der NATO rein. Drücken auf OK und das war es dann auch schon. So, dann wieder auf die Karte. Jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwas, was eine Lasermarkierung gewährleistet, wo diese VLS-Raketen dann hinfliegen, weil die sind alle lasergesteuert. Also holen wir uns einfach mal eine Drohne, das ist am einfachsten. Hier die Greyhawk. So, setze ich mal hier hin. Dann Shift-Rechtsklick. Haben wir hier einen Waypoint geschaffen. Einmal Doppelklick drauf gemacht. Und dann ist bei mir direkt über Move eben dieses Läuter, also das Symbol hier. So, wähle ich aus, drücke einmal OK. Dann wähle ich den nochmal aus und dann haben sich hier unten neue Optionen geschaffen. Das ist eben diesem Läuter-Waypoint spezifisch die Option. Und das ist einmal, wie rum er sich drehen soll um diesen festgesetzten Punkt. Also rechts rum oder links rum. Zack, zack. Dann der Radius, wenn das auf minus 1 steht, dann ist es so, wie es jetzt ist. Ansonsten wird er wie alles andere in den Armen einfach an Metern angegeben. Und bei der Höhe ist es dasselbe. So, ich setze den mal eben noch, also hier Doppelklick auf die Drohne, auf 800 Meter. Und dann wird er eben die ganze Zeit auf 800 Meter in diesem Radius hier drum läutern. So, dann brauchen wir natürlich noch irgendein Ziel, was wir mit dem Laser markieren können. Dann nehme ich einfach mal hier irgendeinen Truck. Dann lassen wir hier losfahren. Und der soll dann einfach mal hier hinfahren. So, manchmal Geschwindigkeit Limited, Verhalten Safe, damit er das alles ganz entspannt macht. Und dann können wir das Ganze auch schon ausprobieren. So, einmal im Spiel drücken wir das Mausrad, äh, rollen das Mausrad. Und dann kommen wir hier in diese, ähm, in das UAV Terminal rein. Können wir hier die Greyhawk auswählen, also die Drohne. Ne, sieht man ihn auch durch so einen kleinen Kreis. Gehen wir zum Gunner. So, müssen wir noch das Ziel suchen. Das war ja irgendwo hier, da. So, können wir reinzoomen über Plus, ne. Ähm, oder auch nicht. Ah, über, ähm, Nummernblock Plus und Minus. Genau, ich hab's auf der Maus drauf. So, dann suchen wir uns das Ziel. Haubern da ein bisschen drüber. Drücken Steuerung T. Dann wird das gelockt. Oben rechts sieht man jetzt schon, da ist der Laser ausgewählt. Ansonsten, wie gewohnt, mit F kann man da durchswitchen. Und dann aktivieren wir den Laser. Gehen wir über das Mausrad raus. Wählen hier das VLS aus. Gehen auf Control Gunner. Wir sehen jetzt schon, okay, das hat sich so ein bisschen in die Richtung gedreht. Kann man einmal R drücken. Normal hat man rechts auch diese Drohnenansicht, genau. Und dann, ja, wenn's markiert ist, drückt man linke Maustaste und die Rakete fliegt weg. So, kann man auch wieder rausgehen. Und, ähm, ja. Einfach Escape drücken. Genau, und dann können wir uns mal hier angucken, wie der Rakete fliegt. Oder wir gucken uns halt in der Drohnenansicht an. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. So, gehen wir in die Drohne rein. In die Gunneransicht. Mal kurz Wärmebild aktivieren. Und dann sieht man auch gleich die Rakete da anfliegen. Von unten irgendwo. Da, da kommt sie. Von rechts. Boots. Und man sieht, die ist auch ziemlich kräftig. Also, die dürfte da einige Gebäude drumherum immer auch beschädigt haben. Ich spüre mal kurz vor. Okay, nee, da ist jetzt alles heile geblieben tatsächlich. Nur der eine Zaun ist umgefallen. Ja, also eigentlich hat die eine ziemliche Einschlagwirkung. Ich kann ja kurz mal noch die Cluster-Raketen zeigen. So. Ziel markieren. Und Feuer. So, release your UV-Controls. Ab in die Greyhawk wieder. Ja, ich hab das Ziel. Oh, und da ist sie schon eingeschlagen. Ah, ich hab vorgespult. Deswegen, okay. Ja, aber ihr seht, die macht eben einen ziemlich großen Flächenwirkung. Aber gegen Fahrzeuge bringt es eigentlich nichts. Zumindest, ja, nee, eigentlich gegen gar keine. Genau. So, wenn man das Ganze jetzt mit einem Flugzeuglaser machen will, statt mit dem Drohnenlaser oder dem Remote Designator Laser, also diesem kleinen Kameraden hier, dann muss man da noch was extraktivieren. Also, ich nehme jetzt einfach mal den Wipeout. Setz den hier hin auf Höhe 1000. So, und wenn wir jetzt einfach nur mit dem eine Lasermarkierung machen, dann wird eben dieser Marschflugkörperwerfer das nicht finden können. Dazu müssen wir zuerst hier bei Elektronik und Sensors hingehen und Datalink Send aktivieren. So, und dann kann man eben einfach hier als Pilot hingehen, Steuerung Rechtsklick drücken, dann einmal durchswitchen, bis man eben zu dem Laser gekommen ist, den aktivieren, und dann kann man genauso mit Steuerung T eben einfach so eine Area markieren. Ah, man muss natürlich dann dem Piloten auch noch das UAV-Termine mitgeben. Hinmarkieren, Steuerung T, und dann geben wir das UAV-Terminal, wählen das VLS, und es findet auch wieder das Ziel. Na, da oben fliegt auch der Wipeout. So, Release UAV-Controls, und dann können wir ja mal eben kurz gucken, ob wir auch die Rakete so ein bisschen sehen können, weil die fliegt tatsächlich gar nicht mal so schnell. Die fliegt mit so circa 800 kmh, 800 bis 900, irgendwas dazwischen. Ne, da fliegt das gute Stück. Und schlägt dann da ein. Ah ja, gut, der Laser konnte halt jetzt nicht mehr da hinten hingucken, deswegen ist er da eingeschlagen. Sollte man drauf beachten, wenn man mit dem Flugzeug rumfliegt. Genau, aber so funktioniert das. Das große Ding ist jetzt aber, sobald man einen Mod reinlädt, funktioniert das eben nicht mehr. Also nicht bei jedem Mod, aber bei manchen Mods und auch bei manchen sehr populären Mods. Also man geht dann in das VLS rein, und es findet einfach schlicht keine Lasermarkierung mehr. Also muss man da auf was anderes zurückgreifen. Ja, wenn man dann in seiner gemoddeten Mission noch Marschflugkörper benutzen möchte, dann braucht man sehr wahrscheinlich diesen Drongos Artillery Mod. Der hat verschiedene Möglichkeiten, also man sieht ja hier, der fügt auch so ein paar neue Fahrzeuge hinzu und Möglichkeiten. Uns interessiert davon erstmal nur die Marschflugkörpereigenschaft. Lädt man runter, aktiviert man und dann sehen wir uns gleich ingame wieder. So, ich habe jetzt einfach mal genau alles so nachgebaut, wie es war. Nur, dass ich ein bisschen weiter rechts stehe. Da hinten ist das Schiff, damit wir das besser sehen können. Und dann öffne ich einfach mal hier die Drohne. Die Greyhawk. Markiere damit hier unten das Ziel. So, release die. Gehe in das VLS rein. Hämmer eher wie ein Behinderter. Und es passiert original nichts. Unten rechts auf der Radaransicht sieht man auch, dass jetzt weder der Laser markiert wird da, noch die verbindeten Einheiten, was vorher beides der Fall war. Und ja, es funktioniert einfach nicht. Also drückt man Escape. Geht zurück in den Editor. Und das erste, was man macht, ist, man entsorgt mit der Entfernen-Taste hier dieses VLS. Geht in die Turrets-Ansicht und holt sich das VLS direkt da drunter. Gekennzeichnet durch dieses kleine Bildchen hier. So, setzt es da hin. Ich werde mir jetzt noch einen Jet hinsetzen. Allein damit ich das ein bisschen besser verfolgen kann. Ah ne, die erste Demonstration mache ich vom Boden aus. So, Back in Business. Drücke ich einmal POS1. Dann bekomme ich hier dieses Terminal. Man kann die Taste auch ändern über Escape, Optionen, Controls und dann Configure Add-ons. Und dann hier bei Trongos Artillery unter Dialog einfach eine andere Taste wählt. Ich lasse sie so. Brauchst du eh nicht die Taste. Genau, drücken wir einmal POS1. Dann gehen wir hier unten auf den F3-Tab. Das funktioniert nicht über die F3-Taste. Man muss da wirklich draufdrücken. Ah, vielleicht geht es ja über I. Da steht ja so ein kleines I. Ne, geht auch nicht. Genau, und dann wählt man hier einmal den Launcher aus. Hier ist die Position von dem Launcher. Hier, wie viele Raketen er jeweils noch geladen hat. So, dann wählen wir einfach mal die normalen HE-Raketen aus. Als nächstes gehen wir auf Set Waypoints. Dann kommen wir in die Kartenansicht. So, und ich will, dass der jetzt hier in Hudan einschlägt, die Rakete. Aber ich will nicht, dass sie übers Land fliegt und gesehen wird und abgefangen werden könnte. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ähm, ja, aber gut, dass ich es gezeigt habe, drücke ich einmal Escape, drücke nochmal POS 1, Set Waypoints, genau, und dann kann ich das einfach neu machen. So, ich will, dass die Rakete hier übers Wasser fliegt. Also setze ich mal hier einen Waypoint, hier einen Waypoint, hier einen Waypoint, und dann noch in die City. Zack. Genau, drücke einmal Escape, drücke nochmal POS 1, und dann gebe ich hier irgendeinen Namen ein. Ich schreibe einfach mal Path 1, Save, und dann werden die vier Waypoints eben unter den Namen Path 1 gespeichert. Man kann ja jetzt eben verschiedene Routen vorprogrammieren und dann über verschiedene Launcher irgendwie vier Raketen gleichzeitig über irgendwelche abgefuckten Pfade, über die Map schicken und die Gegner sind komplett aufgeschmissen im Endeffekt. Aber genau, zur Demonstration mache ich jetzt mal den einen. Dann können wir hier noch eine Flughöhe festlegen, ich sag mal 400 Meter, Set Altitude, dann ist es fest. Genau, und dann drücken wir einfach auf Launch, und dann, ich glaube, wir sind zu weit weg, als dass wir es sehen könnten, wie die startet. Genau, aber wir können entweder die Map öffnen, dann sehen wir hier das Ding da rumfliegen, wir können auch die, das UV Terminal öffnen, dann sehen wir es auch hier fliegen. Es gibt leider keine Kamera an sich davon. Genau, und das letzte, was man machen kann, ist eben, wir können nochmal POS 1 reingehen, dann hier die Rakete, die gerade fliegt, und das Truck drücken. Und dann geht die Rakete eben in der Luft kaputt, wir sehen, die ist hier jetzt nicht mehr und, ja, die ist halt weg. So, damit wir das auch besser sehen, dass die Rakete ihren Pfad auch wirklich verfolgt, mache ich das Ganze mal aus dem Flugzeug raus. Also setze ich mir mal hier ein Plane hin. Wo haben wir die? Da. Black Wasp, dann ist es ein bisschen einfacher mit der Geschwindigkeit. Höhe mache ich mal auf 600 Meter. So, und dann braucht der Pilot, ganz wichtig, rechtsklick, Edit Loadout, noch ein UAV Terminal. Ah ne, braucht er gar nicht, stimmt, braucht er gar nicht. Also einmal rechtsklick, Play as the Character. So, jetzt programmiere ich mal eben schnell nen Pfad ein. Äh, zack, äh, Rakete, Set Waypoints, machen wir mal so, so, so und so. Escape, Post 1, ähm, äh, Save, Launch. So, und jetzt sehen wir auch, da hat die Rakete startet, und da fliegt das gute Stück. Relativ langsam am Anfang tatsächlich. So, jetzt sehen wir, die geht jetzt hoch auf die 400 Meter. Oder auch nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie so langsam steigen würde, wäre die Route länger, oder, ähm, ob wir das bei den Waypoints mit einprogrammieren müssen gerade. Ich lasse die Höhe normal immer auf 100. so, und da ist er eingeschlagen. Äh, wir gucken jetzt gerade nochmal, wegen der Höhe. So, und nochmal Post 1. Dann sag ich mal, Höhe 500, Set Altitude, dann setzen wir ein paar Waypoints, zack, 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 zack. Äh, Post 1, und dann, save. So, launchen wir die mal. Da fliegt die Rakete. Und jetzt geht die auf Höhe. Genau. Also man muss das eingeben, bevor man die Waypoints eingibt. Was auch natürlich Sinn macht, weil man dann für jedes Waypoint, äh, Bündel eine eigene Flughöhe eingeben kann. Genau, aber da fliegt das Teil jetzt, äh, wird da hinten einschlagen, genauso wie eben hier. Und, ja, das war auch im Endeffekt alles, was ich euch jetzt zeigen wollte. Falls ihr noch die restlichen Funktionen hier irgendwann kennenlernen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Äh, ihr seht auch, wenn man das Panel hier öffnet, der Jet übernimmt tatsächlich selber die Steuerung. Also man fliegt da nicht in den Berg rein oder so. Er bremst allerdings ein Krass runter, was ich nicht so ganz kapiere. Und der geht auch auf 100, äh, Höhenmeter runter, was ich auch nicht so ganz kapiere, aber immerhin stürzt man nicht ab. Genau, also vielen Dank fürs, äh, Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe noch mehr. Ich konnte euch helfen. Und, genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.